Like, you can't take it back, no I've got so much left to say no Yo meine Freunde, was geht damit herzlich willkommen zu einer Runde MeinWohr auf dem GOMHD.netz-Server Ich hab das noch nie gespielt, ich weiß nicht was das ist Wobei doch, ich weiß was das ist Ich weiß es Ich hab das schon mal gespielt Oh mein Gott Ich weiß was das ist Ich kenn MeinWohr Okay, das äh Jetzt muss ich mich ein bisschen beruhigen, aber ich weiß was das ist, das ist gut Ist gut, ist gut Das ist doch schon mal toll, dann kann ich hier wenigstens spielen Auch wenn das was mit PvP zu tun hat Und ich mal wieder einen Null treffe Oh, es geht jetzt gleich los Hätte ich drauf achten sollen Verpiss dich Ist keiner mehr hinter mir Oh gut, wird ja immer besser Aber hier haben sie es hinbekommen, dass es Mit dem Fallen besser ist Das erste Mal hab ich MeinWohr gespielt Glaube ich 2013 oder so Das geile daran ist Das war das erste Video auf unserem alten Kanal Also den ich schon vorher mit Justin und Nils hatte Oh Ich fokuss dich, danke Den ich schon vorher mit Justin und Nils hatte Und auf dem Kanal war MeinWohr Das erste Video Und Das ist eigentlich recht geil Weil Irgendwie so ein bisschen Rückblick Ich weiß gar nicht, ob ich das erste Video noch auf dem Kanal hab Auf dem Kanal Auf dem PC hab Wenn ich es da noch hab und Ihr es sehen wollt, dann Schreibt es einfach in die Kommentare Dann mach ich da mal ein Video zu Oder lad das mal hoch Keine Ahnung, müsst ihr euch mal gucken, was ich dann mache Auf jeden Fall werde ich dann dazu irgendwas tun Und ich bin tot Äh, ich werde dann dazu irgendwas machen Wenn ich das noch hab Ich hatte das mal, aber Ich glaub Ich hab es dann gelöscht oder so Weiß ich nicht Vielleicht ist es auch noch irgendwo I don't know I don't know Ich werde es aber glaube ich nicht gelöscht haben Das wäre ja dumm Aber ich weiß es nicht Schreibt es einfach in die Kommentare Wenn ihr es sehen wollt Dann mach ich dazu ein Video Mir fällt gerade auf, wie lange ich kein Minecraft mehr gespielt hab Ich bin einfach mega schlecht da drin Hier vorne ist wer aus dem Grün Ich hoffe, der Bargleichs wäre aus dem Grün Ja, er weiß es halt, weil ich mich Oh, er hat verzaubert Ist gut Verpiss dich Dich krieg ich Dich krieg ich immer noch Okay, doch nicht Wie viel ich Ich bekomme gerade einfach die ganzen Achievements Weil ich Upp Äh 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 Team Gelb Danke Boah Das ist irgendwie Macht das Spaß Hä Bin ich tot Ja Bin ich einfach tot Gut So Dann haben wir ein paar Sachen Bin mal gespannt, wie das ausgeht Momentan führen wir Nicht Gelb ist raus Wir sind danach Nee Gelb ist nur noch mit einem vertreten Irgendwie so Oh Äh Feuer 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 Ja, bin ich tot Schon wieder Ja Tim Roth hat vier verbleibende Spieler Cool Ja, das gewinnen wir Auf geht's Wir sind die Besten Komm jetzt Streng ich mich mal ein bisschen an Und lass meinem Teammate hier nichts übrig Weil ich ein Arsch bin Kleidung nochmal hier hoch Ja, schon wieder will ihr mich verarschen Verpiss dich, Arme Na Okay Bisschen Stressig Aber Team Grün hat weniger Leben als wir Ey Nein Ich bin zu scheiße Nein Wie scheiße bin ich Bin zu schlecht Ich muss hier weg Ich bin viel zu schlecht für dieses Spiel Aber ich bin wesentlich das Team, das jetzt der erste rausgeflogen ist Liegt nur an mir Oh Fuck Und tot Aber ich bin noch drin Wer willst du mich verarschen Komm Grün hat nur noch ein Leben Das wird gleich ein Kopf an den Kopf Nein, die sind zu gut ausgerüstet Das können wir eigentlich gar nicht schaffen Aber ich weiß es nicht Vielleicht schaffen wir das ja doch Vielleicht noch nicht Jetzt geht's ja erstmal los Team Grün hat nur noch vier Spieler Und nur Leben Wieso trifft er mich immer Der folgt Der braucht zwei Schüsse Und ich bin tot Was soll das denn Was ist das für ein Spiel Er trifft mich Jedes scheiß Mal So als ob ich einfach Zehn Meter breit bin Oder so Ja, schon wieder Es wäre hinter mir Was soll das denn Ich kann doch quasi gar nichts machen Vor allem nicht gegen solche Leute Da können wir da erst recht nichts gegen machen Das haben wir doch schon Eigentlich haben wir das doch schon verloren Oder nicht Ja Haben wir Drei Leute nur noch in unserem Team Nee, das können wir gar nicht gewinnen Guck Wir sind ja schon tot Das ist ja einfach jetzt Spawncampen Ja Jetzt stellen sie sich die ganze Zeit dahin Wir sind nur noch drei Leute Und schießen sie ab Da können Ja, können wir nichts machen Jetzt schlachten sie uns hier drin ab Ich renne weg Und versuche zu überlegen Nee, doch nicht Okay Unlucky Achtung Keine verbleibenden Leben mehr Ja, dann renne ich doch mal Hab ich ja Chancen Ja, bin ich am Überleben Ja Fickt euch Geil Ja, oh Letzte Hoffnung Weil ich ein verbleibender Spieler bin Bin ich geil oder bin ich geil? Ich bin einfach geil Ich bin der letzte Überlebende hier Kann ich ja nur gewinnen Oh Kann F5 nicht drücken Keine hin Doch, die sind alle hinter mir Erst gleich kommt einer von da Ich lebe aber noch Oh, Creeper Bin tot Geil Hat Spaß gemacht das Spiel Hab ich wieder gemerkt Nee, ist eigentlich ziemlich geil das Spiel Wenn ich besser bin Macht es bestimmt noch mehr Spaß Ich hoffe euch hat Spaß gemacht zuzugucken Wenn ich Dann Nee Wenn es euch gefallen hat Lasst uns für sie bewerten Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal Ciao Leute Wie geht es um Die Sinn Die Sinn Die Sinn Die Sinn Die Sinn